The Ship Down war ein sehr anspruchsvoller, sozialkritischer und erfolgreicher Film. Ein Regal voll Preisen beweist das. Der Filmmacher ist Martin Rosen in San Francisco, bei dem wir heute zu Gast sind. Er hat kürzlich einen neuen Film fertiggestellt, der heißt The Plague Dogs, Die Hunde sind los. Martin, können Sie unseren Zuschauern etwas erklären, worum es in diesem Film geht? Mein Film erzählt die Geschichte von zwei Hunden, die aus einem Laboratorium ausbrechen, in dem im Auftrag der britischen Armee Tierversuche durchgeführt werden. Wie es den beiden gelingt, tatsächlich einen Fluchtweg zu finden, davon handelt mein Film. Das Plakat hinter mir an der Wand zeigt übrigens die Szene, in der sie gerade fliehen. Die Kappe, die man auf dem Kopf des einen Hundes erkennen kann, verdeckt eine Wunde, die ihm bei einem Experiment im Laboratorium zugefügt worden ist. Der Helikopter, der sie verfolgt, ist hinter ihnen her, um sie zu töten.